Er hat gerade Brennspiritus getrunken, deswegen brennt mir so der Hals? Boah! Alter, der war das gruselig. Der war auf einmal da wie Slenderman, wenn du dich umdrehst und plötzlich steht er neben dir, weißt du? Weil weißt du, was das Krasse ist an KI, also was mich wirklich meint, frugt? Also, Niklas hat uns Tweets des Monats, basically, herausgesucht. Mit deutschen, internationalen, bla 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 bla. Ich habe keine Ahnung, was ich erwarte. Ich habe gar keinen Plan. Ach, das ist jetzt eine Tweetliste sozusagen? Genau, ja. Dann bin ich gespannt. Nils, wir sind gerade unterwegs und ich habe das so scharf. Jetzt wirklich mal geguckt. Hör mal, es ist 95 Prozent. Das ist wirklich Brennspiritus, weil ich gerade getrunken habe. Deswegen brennt mir der Hals. Das sehe ich ja jetzt erst. Warnung. Nicht zum Verzehr geeignet. Ach du Scheiße. Wieso gibt es das denn dann in Flaschen, wenn das nicht zum Verzehr geeignet ist? Was? Er hat gerade Brennspiritus getrunken? Deswegen brennt mir so der Hals? Aber wieso ist das denn in so einer Flasche? Das kann doch nicht sein, oder? Brennspiritus in so einer Flasche macht ja gar keinen Sinn. Bisschen Hals desinfiziert, ja. Hilft gegen Husten. Wer auch immer dieses Feature bei iOS erfunden hat, verdient einen Ehrenpreis. Absolut. Die Zeit, die das spart. Immer das beste. Also es gibt schon manche Kleinigkeiten, wo man einfach denkt, da hat jemand mitgedacht. Auf jeden Fall auch die Person, die bei Netflix Intro-Skip-Button eingeführt hat. Genauso Ehrenmann. Das ist der Wahnsinn. Wie weit würdet ihr für dick Pussy fahren? Lost, wer für Pussy extra wegfährt. Wie zu deiner Mutter. Was ein guter Konter. Oh mein Gott. Oh, der ist so gut. Kennst du? Oh, Rezo. Das ist ein Klassiker. Hey, Dr. Oetker, eure Schokopizza schmeckt nach... So und gierig gewesen und in den Finger gewesen. Ohne Scheiß. Vor so zwei, drei Jahren waren so Brand-Accounts nur Cringe. Alles, was die geschrieben haben, war unangenehm. Und du hast irgendwie, die haben gar kein Gefühl dafür. Mittlerweile ist es wirklich strong geworden. Mittlerweile passiert es regelmäßig, dass so Brand-Accounts richtige Banger raushauen. Ich frage mich aber, wie das Reporting bei denen dann aussieht, weißt du? Es darf ja nicht jemand plötzlich das schreiben, eigenmächtig. Das muss ja besprochen werden. Und du bist dann da, dieser Typ, der da das macht. Und dann geht ein Tweet viral und du musst deinem Chef deine Impressions zeigen von dem Monat. Und dann bist du so, okay, der Tweet von mir hat nämlich zum Beispiel 5000 Likes bekommen. Da hat jemand geschrieben, dass es uns besser nach ... und so schmeckt. Und ich hab halt gesagt, in den Fingern gebissen. Und das kam sehr gut an bei den Leuten und hat sehr viele Likes und Refreshes bekommen. Da hat mir so und so viel Follower zuwachsen, circa. Ach, das, ja stimmt. Das Reporting muss ja so aussehen. Ich wurde sehr gefeiert. Immer noch legendär. Diese Fackelkünstler, diese Feuerkünstler, diese Sachen. Scheiße, ich vergesse jedes Mal, wie der heißt. Ronny Berger. Ronny. Alles an diesem Video ist perfekt. Wie er so flawless wegfliegt, wie aus so einem Comic. Und dann sein Blick, er guckt erst dahin und realisiert es. Oh, scheiße. Hand vor den Mund und dann gelaufen. Also wirkliches Timing, perfekt. Das ist ein sehr guter Clip. Boah. Cooles Bild. Krass. Immer wenn ich ein Bild vom Mond mit meinem Handy mache, ist es einfach so ganz klein und dann so ein Schein drum und sieht immer scheiße aus. Ich meine, das wurde ja nicht mit dem Handy gemacht, oder? Ja. Das wurde doch mit dem Teleskop gemacht. Oder so. Kleiner Junge bekommt eine Ansage. Hier ist ja noch ein cool bisschen Platz. Lass mich wieder hinlegen. Oh, nein, nein, nein. Tut mir leid. Was? Nein, Alter. Ich mach das nie genug. Oh, du bist platt. Oh, nein. Boah. Alter, war das gruselig. Der war auf einmal da wie Slenderman, wenn du dich umdrehst und plötzlich steht er neben dir, weißt du? Oh, mein Gott, ja. Und dann noch mit dieser Stimme einmal noch und du bist platt. Der steht doch so ein bisschen Gollum-mäßig da, oder? Ja. Oh, du bist platt. Oh, nein. Dann geht er wieder in seine Höhle so. Dann geht er so zurück. Was willst du hin? Mit seinem Puff, was er in der Hand hat. Das hat er mitgenommen. Nee, Handy mit Klapphülle. Oh, wild. Guten Morgen damit. Das Moneyboy. Da ist eine Bartträgerin, so wie Marge Simpson, als sie mit ihrem Sohn schwanger war. Ich dachte, es kommt ein Reim, aber es kommt gar kein Reim. Alter, das ist von 2014. Wo ist Moneyboy heutzutage auf Twitter? Wieso ist der nicht mehr da? Ja, weil der auf Bühnen steht. Es ist Sommer. Der steht ja jeden Tag auf einer Festivalbühne. Schockig. Stimmt, das ist ja echt Kannibalismus eigentlich. Ja. Und wir supporten das, wenn wir das kaufen. Das ist wie so, es gibt auch so Bilder, wo so Hühner sind, so Cartoon-Hühner, die so Chicken Wings essen, weißt du, in einem Restaurant oder so. Das ist auch so todesdark eigentlich. Mhm. Ja. Wirklich. Boah. Wirklich. Stimmt. Da steht Making of the World's First Camera. Das heißt, das kann ja gar nicht die erste Kamera sein. Geht ja gar nicht. Nee, es könnte ein Spiegel an einem Spiegel an einem Spiegel oder so sein. Oder man hat die zweite Kamera gemacht, die zweite Kamera. Aber dann war das ja nicht in the Making. Weil wenn die eher die zweite ready wäre, um ein Foto zu machen, dann wäre es vielleicht ein Foto von der gemakten First Camera. Von der gemakten, aber nicht von der Making. Seltsam. Da sind wir schon spitz, finde ich. Alter, strong. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das jemand real macht. Doch. Ich glaube schon, dass das real ist, aber ich finde, das ist unbegreiflich krass. Das ist richtig krass. Finde ich auch extrem crazy. Kennst du das? Nein. Die Weird Dolly Mini Generations, kennst du die? Aber gibt es das wirklich? Nein, nein. Dolly ist halt so eine KI, die quasi mit zwei random Begriffen oder drei random Begriffen Sachen zusammenwirft. Und dann posten die aktuell auf deren Twitter immer so komische Sachen, die quasi so entstehen. Und das ist eins davon. Das ist so krass, dass KI sowas schon kann. Also ich komme nicht auf mein Leben klar, dass KI sowas kann. Gibt dem Ganzen noch zwei, drei, vier Jahre mehr. Es wird ja nur besser. Es kann ja nur bergauf gehen. Ja, es wird noch sehr spannend, wie sich das entwickelt. Schon crazy. Weil weißt du, was das Krasse ist an KI? Also was mich wirklich meint, wir sind ja das intelligenteste Wesen, das wir kennen. Ja. Sozusagen wir sind hier und weiß ich nicht, Affen sind hier. Also schon weiter Unterschied zu Affen und dann sind irgendwie Kühe und weiß ich. Aber das ist ein Abstand. Wir sind Cap. Und KI wird immer klüger, wird immer klüger, wird immer klüger. Das ist true, Alter. Und ab dem Punkt, wo die hier sind, können wir per Definition nicht mehr verstehen, warum KI so denkt, wie KI denkt. Ja. Weil wir zu dumm sind per Definition. Also es schießt ja durch uns durch. Wir sind ja nicht Ceiling, wir sind nicht Decke, sondern KI wird klüger und geht durch uns durch. Und ist einfach krasser dann als wir. Und wir können nicht mal per Definition, können wir danach nicht mehr fassen. So wie ein Affe nicht verstehen kann, was die Börse ist, können wir per Definition nicht mehr verstehen, was die KIs danach machen. Weil ich es gerade auf dem Chat sehe, das ist basically schon so ein bisschen der Fall bei den ganzen Schachcomputern. Dass da oftmals halt Sachen vorgeschlagen wird, wo keiner so ganz rafft, warum die halt vorgeschlagen werden, weil die halt in 20 Schritten halt Sinn machen. Aber wenn es plötzlich heißt, dass eine KI sagt, ey, wir sollten jetzt in Frankreich einmarschieren, weil das besser ist und wir damit Leben schützen auf lange Sicht. Ja. Was machst du dann? Das ist halt der Anfang, so es kann echt gut sein, dass das noch echt krass ausgeweitet wird. Es macht mir alles Angst. Deswegen Dolly, wir finden dich gruselig. Ja, Dolly, komm mal klar. Sadly, we're on TikTok now. If you're like 12, follow us there. TikTok emailed us to take this down. Junge. Also wenn TikTok es wirklich gemacht hat, ist das funny. Amar, nicht unser Amar. I really hope that I look like the mirror version of me and not the camera version. Ja, wir fühlen alle, was er damit meint. Weil in der mirrored version sieht man irgendwie immer besser aus als in der camera version. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ich glaube gerade, es ist, weil das Kamerabild bespiegelt ist, im Gegensatz zu dem Spiegel. Und ich glaube, die Handykamera hat dadurch, dass sie nicht so weit weg ist von deinem Gesicht, durch die Brennweite, sieht deine Nase zum Beispiel so oftmals größer aus, wenn du so nah dran bist und so. Stimmt, das ist wahrscheinlich der Grund, ja. Wenn du nah an jemandem dran bist, du hast ja immer diesen leichten Fischaugeneffekt. So ganz leicht. Und dadurch sieht man einfach weird aus, wie man in der Realität Leute einfach nicht sieht und nicht wahrnimmt. Und wenn du halt ein paar Meter weiter weg stehst und ein bisschen ranzoomst, dann sieht es immer besser aus. Einfach immer. Mein erster Gedanke war, ein Spiegel spiegelt dich ja immer. Und dann gibst du diese True Mirrors, wo du dich richtig umsiehst. Wenn sich Leute darin sehen, dann erkennen die sich teilweise gar nicht wieder. Und da finden sie sich total hässlich plötzlich, weil die sich denken, alter, so ich sehe auf einmal voll anders aus. Aber das ist das, wie dich Menschen eigentlich sehen und eigentlich wahrnehmen, aber du dich selber halt nie siehst. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das machen wollen würde, mich mal in so einem True Mirror. Manche Leute gehen da voll auf und sind so, ah krass, ba ba ba. Also ganz viele Leute, die wirklich sich da sehen und anfangen zu weinen, weil die sich sagen, ach du Scheiße. Noch einer, wir machen auch den hier. Out of Context Pokémon. Oh Gott, okay, komm. Und damit, super, obfade ich mit den True Mirror, würde ich sagen. Super, top, gut. Das passt dann auf jeden Fall auch an der Stelle. Schönen. Chris. Oh, 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 yeah.